So ein nationales Musikertreffen ist doch der völlige Wahnsinn, Mann! Ratet mal, wer da ist! Tobi kommt früher als erwartet aus den Ferien zurück und findet ein leeres Haus. Seine Familie ist spurlos verschwunden. Auf der Suche nach den Eltern wird er plötzlich von einem Killer und der Polizei gejagt und gerät in ein gefährliches Versteckspiel, das tödlich endet. Weißt du was, Junge? Dead Hunters, demnächst in ihrer Videothek. Halt! Hilfe! Pass auf! Der gehört mir, Sportsfreund. Kannst du in aller Ruhe mit mir kommen? Halt! Komm! Nein! Komm schon! Steh, Tobi! Nein! 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 1540 Greensboro Drive ist ein Wahnsinnsfeuer! Beallt euch! Nein! Auf den Bogen! Tobi! Nein! Nein! Nein!